Guten Morgen alle miteinander, ich habe gestern schon mal einen Vortrag gehalten, ich bin der Christoph, ich wollte mal ein bisschen lustige, interessante, hilfreiche Dinge über Objektorientierung erzählen, weil irgendwie alle Java kennen, aber mit Java kennt man irgendwie noch nicht die ganz, kennt man ganz viele von diesen lustigen Extra-Denken noch nicht und dann wollte ich mal ein paar Sachen zeigen und da schauen wir mal, wie das jetzt funktioniert. Da habe ich erstmal eine Definition mitgebracht, weil eine Definition braucht man mal irgendwie auf den Folien und das Ganze sagt hier jetzt, dass aus der Sichtweise eines objektorientierten Programmierers besteht eben Objektorientierung darin, dass es eben Objekte gibt, die besitzen Daten und die fragen sich gegenseitig mal so freundlich so, ich hätte da gerne Informationen von dir und dann denkt sich das andere Objekt, okay, der will da Informationen von mir, was sagt man dem da und dann überlegt sich das, antworte ich da, was sage ich da, macht da einen Rechtschreibfehler rein, genau. Ein bisschen ernster vielleicht, nö, das andere war schon auch irgendwie eine seriöse Definition bis auf den Rechtschreibfehler. Was macht Objektorientierung vielleicht aus? Ja gut, das allererste ist irgendwie schon klar aus diesem Beispiel heraus, also es gibt da irgendwo so eine Abkapselung, ich habe irgendwie Daten, die gehören jemandem und wenn ich an die Daten ran will, dann nehme ich die mir nicht einfach, sondern da frage ich mal freundlich, ich hätte da gerne Informationen von dir, wie ist denn das und dann kriege ich da eine Antwort. Genau, dann gibt es irgendwie Vererbung, kennt man. So die Idee dahinter, hinter dem Ganzen ist natürlich so ein bisschen Abstraktion und Polymorphismus und weil das Ganze irgendwie sonst so trocken wird im Vortrag, mache ich einfach mal einen Editor auf. Genau. Also Classes, ne? Classes kennt man, das sieht zum Beispiel so aus, das ist jetzt eine Java-Klasse, sieht man glaube ich sogar ganz gut auf dem Beamer, ist mit Editor sonst immer schwierig. Die hat da irgendwie so zwei Funktionen, die eine gibt 12 aus, die andere gibt 13,37 aus und ja, das ist jetzt Java. Das ist jetzt irgendwie noch nicht non-conventional, ne? Jetzt sage ich, ich möchte Objektorientierung mal machen und ich nehme eine andere Sprache und dann habe ich mir hier eine Runde Erlang mitgebracht. Ich habe hier auch eine Klasse, die heißt in dem Fall einfach nur Class. Wenn man so will, heißt hier da Behavior-Gen-Server, das ist tatsächlich eine Klasse, da komme ich vielleicht gleich dazu, da gibt es irgendwie ein paar Methoden und was wir jetzt wirklich hier machen, ist tatsächlich Nachrichten schicken. Also diese Klasse, Class, die bekommt hier Nachrichten, einmal hier so eine Nachricht, die heißt Fu und hier eine Nachricht, die heißt Bar und dann gibt sie da eine Antwort zurück und das sieht dann so ein bisschen aus von den Zahlen und so, wie in diesem Java-Beispiel und entsprechend kann ich da auch, wenn ich jetzt mal so eine Shell aufmache, okay, habe ich jetzt eine Klasse geladen, dann baue ich mir da eine Instanz davon, das ist jetzt hier, könnte man sagen, ein Pointer oder sowas, 0.39.0 und dann, dann rufe ich mal eine Funktion aus, der Klasse, Klasse da und ich möchte die Funktion Fu aufrufen, ja? Und kriege dann auch brav prompt die Nachricht zurück, die Antwort ist 12. Das Ganze macht so eine ganze Menge Dinge. Man sieht hier an der Stelle ganz oft irgendwie dieses State hier, dass hier diese Funktion, die die Methode Fu implementiert als Argument bekommt und dann auch intern wieder zurückgibt. Das ist die geheimen Daten von der Methode und wie das funktioniert im Hintergrund ist, da läuft ein Prozess, da läuft ein Thread ab und der empfängt immer diese Nachrichten, ruft dann die Bearbeitungsmethode auf, dann mit dem aktuellen State, dann läuft die Methode durch und dann gibt es hier das Ergebnis, da gibt es irgendwie eine Antwort, den Return-Wert irgendwo und dann den aktualisierten State, also hat sich vielleicht was getan an den Daten und der nächste Aufruf sieht dann tatsächlich die aktualisierten Daten. Das sieht man auch ganz gut. Ich glaube, Komma, ich programmiere sonst auch nicht so viel erlang, muss ich ehrlich zugeben. Wenn ich jetzt da Fu aufrufe, dann hat es nicht funktioniert, was ich zeigen wollte. Schade. Aber grundsätzlich ist das die Idee. Kann das hier jemand? Eigentlich müsste das so funktionieren. Ja, das ist hier ein Dictionary, also ein Array mit, oder so quasi ein Dictionary mit ganz vielen Werten, dieses State und das ist halt nicht irgendwie eine Zahl, also kann ich da auch nachher jetzt drauf addieren. Geht da irgendwas kaputt, wenn ich da jetzt hier zwölflein schreibe, ne? Du scheinst das ja irgendwie besser zu können als ich. Okay. Ich mach's mal einfach. Das ist noch okay. Funktioniert. Genau. Also ich hab da tatsächlich irgendwo eine Klasse, die hat irgendwie so eine geheime Variable, irgendwie diese zwölfter, die dann irgendwie hochgezählt wird. Funktioniert ganz einfach, funktioniert ganz wunderbar. Ich hab mir meine Klasse gebaut. Ist das schon Objektorientierung? Naja, ne? Wir hatten auch andere Kriterien. Wir hatten irgendwo diese Sache mit der Polymorphie. Ähm... Na, ja, da fängt's halt dann an mit Interpretieren. Ja, ich kann irgendwie so eine zweite solche Klasse bauen, die halt die gleichen Interfaces implementiert und dann kann ich die auch zur Laufzeit austauschen und dann ist das vielleicht ein bisschen polymorph. Mit Vererbung wird's echt schwierig. Ähm... Ja, irgendwie Abstraktion geht da mit sowas schon auch. Ähm... Ich find's eigentlich ganz schön, weil wir hier so auf auf dem größeren auf so einer auf so einer höheren Ebene in Erlangen sowas ähnliches haben wie eine Klasse vielleicht. Ähm... Man sieht halt vielleicht, dass da steht irgendwas von Gen-Server, Start-Link, Send-Message. Das sind halt Prozesse, die sich halt oder irgendwie so ein bisschen wie so eine Klasse verhalten, die Daten haben, die halt eine Schnittstelle haben, mit der sie Nachrichten empfangen und dann Antworten geben. Und, ähm... Wenn man sich das Ganze aber dann im Detail anschaut, irgendwie so eine einzelne Funktion, dann ist das alles erst mal ein gutes Stückchen funktionaler Code. Ähm... Und in so diverserlei Hinsicht hat das irgendwo das Beste aus beiden Welten, meiner Meinung nach. Ähm... Ich bin leider nicht so in der Position, dass ich viel mir eine Sprache heraussuche und da irgendwie was programmiere damit. Ähm... Ja, meistens hab ich irgendwo ein Ziel und eine Umgebung, in der es reinpassen muss, dann kann man sich das nicht so gut raussuchen. Genau. Klassen. Ähm... Methoden. Ja. Haben wir mal wieder ein Java-Beispiel. Ähm... Genau. Ähm... Wer sieht, was diese Main-Funktion ausgibt? Also ich kann ja starten mit in einem Argument, das ist A oder in einem Argument, das ist nicht A. Ähm... Also es geht hier auch um Methoden und Überladung und so, äh... Späße. Und ähm... Genau, wenn ich hier eben diesen Aufruf mache. Sieht das jemand? Wollen wir mal probieren. Hoffentlich kompiliert's. Ähm... Hm... Ja, ja. Das ist schon richtig. Das sind alles Public-Klassen, sollten irgendwie... Dann machen wir da mal das Public weg und das ganze Main, dann geht's. Genau, das will ein Argument. Also wenn ich hier das A gebe, bekomme ich hier die Antwort A. Also es wird offensichtlich die Funktion ganz oben hier aufgerufen. Wieso? Naja, es ist halt ein Objekt der Klasse A, bekommt ein... Äh... Argument der Klasse A wird das hier aufgerufen. So, wenn wir jetzt dem hier Ganzen hier ein B geben, dann bekomme ich B A. Das heißt, es wird hier die Funktion ausgerufen. Ich habe hier irgendwie ein Objekt. Objekt ist von der Klasse B. Und es bekommt ein Argument. Und das Argument ist von... vom Typen A. Das ist halt so, wie das in Java funktioniert. Ähm... Der Typ von dem Argument spielt halt rein, was der Typ eben zur Compile-Zeit für einen Typen hat. Und Object ist hier Compile-Zeit von dem Typen A. Und an der Stelle funktioniert das Ganze mit so toller Polymorphie. Und das Foo wird halt von der Klasse aufgerufen, von der Object tatsächlich ist. So. Ähm... Jetzt sind wir vielleicht mit der Situation, ähm... gar nicht so zufrieden. Deswegen habe ich hier ein anderes Beispiel dabei. Das ist jetzt eine andere Sprache, das ist jetzt Common Lisp. So. So. So, ich definiere mir jetzt zwei Klassen, A und B. B von A. Ähm... Eine Methode, die heißt Foo. Genau. Und mache mir jetzt hier erst einmal nur eine Methode Foo. Die bekommt das erste Argument, das ist ein A, und das zweite Argument ist ein A. Und dann rufe ich das jetzt auf, mit... mit hier, mit so einer... in dieser Main-Funktion. So. Wird immer diese Methode aufgerufen. Was anderes kennt das Programm an der Stelle noch nicht, ne? Falls das nicht klar ist. So, ich habe hier, wenn ich Foo jetzt mit einem A und einem A aufrufe, komme ich in den A-A-Fall. Wenn ich das mit einem A und einem B aufrufe, komme ich da auch rein. Und mit zwei Bs, also ich kann... Dadurch, dass eben dieses B von A erbt, funktioniert diese Methode für A's und für B's wunderbar gleich. So. Jetzt lade ich da mal eine zusätzliche Funktion rein. Die funktioniert für ein A und ein B. Und... rufe das Ganze nochmal auf. Und man stellt jetzt fest, es wird zuerst irgendwie die Funktion, die mit einem A und einem A übergibt, die verwendet auch die Methode, die A und A... die für A und A spezifiziert war. Der Fall, wo ich jetzt ein A und ein B übergeben habe, hat jetzt einen spezielleren, besseren Fall. Und nimmt eben den. Und auch der Fall, wo ich jetzt hier ein B und noch ein B zum Aufruf verwende. Also, wenn ich das hier ein bisschen runterscrolle, dann sieht man es besser. Dann ist es für die linke Seite gibt es nur eine Wahl, das ist halt A. Deswegen wird da der Fall für A genommen und das B wird als A interpretiert. Und für die rechte Seite gibt es aber schon einen spezielleren Fall und deswegen wird das eben als B interpretiert. Das kann man natürlich weiterführen und da irgendwie alle Fälle, die da irgendwie vorkommen können, machen. Und wenn ich dann jetzt irgendwie Main aufrufe, dann wird jeweils die speziellste Methode aufgerufen. Das ist ganz lustig, manchmal braucht man das. Beispiel, das ich irgendwie neulich erst wieder gesehen habe, da war irgendwie so eine eine Klasse, das sind irgendwie, was weiß ich, Trommeln, Drumpads, sonst was. Und das andere sind halt irgendwie die Sticks, mit denen ich draufschlage. Und das klingt vielleicht anders, je nachdem, was ich für einen Stick nehme für meine Trommel und was ich für eine Trommel nehme. Und wenn ich dann eine Audioausgabe mache, dann möchte ich eigentlich haben, dass sich diese Funktion polymorph anders verhält, je nachdem, was ich für einen Stick verwende, um auf meine Trommel zu schlagen und halt je nachdem, was ich verwende für eine Trommel. Entsprechend, manchmal braucht man das, meistens ist es irgendwie Schnickschnack oder so. Wie so vieles, das ist ein kommendes Beispiel, ich habe hier gerade noch ein kommendes Beispiel, was andere Sachen zeigt. Super viel Schnickschnack, aber das ist halt irgendwie so die basic Idee von der Sprache. So, was machen wir jetzt hier? Wir haben eine ganze Menge Klassen, die erben alle voneinander, Foo, dann haben wir Bar, das App von Foo, dann haben wir Buds, das App von Bar. Dann haben wir noch so eine Final-Klasse, die ganz unten hängt, die App noch von Buds. So, dann habe ich hier eine Funktion stuff und so rufe ich irgendwie stuff mit Foo auf, mit einem neuen Foo auf und dann wird eben hier diese Methode aufgerufen. Ganz, ganz, ganz klassisches Zeug. Dann mache ich das Ganze mal mit Final. Ja. Da passieren plötzlich Dinge. Ja. Also, dieses Final gibt zumindest mal dieses und jenes aus, aber da kommt hier irgendwo noch so ein Bessing Around und Bar Doing Stuff, ne? Wo kommt das eigentlich her? Und wenn man dann reinschaut, dann habe ich hier eine Methode, die heißt hier Before und die gehört zur Klasse Bar. Bar ist irgendwo zwischen Final und Foo. Und was es macht? Naja, Bar Doing Stuff passiert offensichtlich, bevor er die eigentliche Funktion aufruft. Ähm, es reicht schon, wenn ich hier irgendwie Bar mache. Dann macht er erst Bar Doing Stuff und dann ruft er die Hauptfunktion auf. Für Bar ist das noch die ursprüngliche von Foo. Ähm, und dann habe ich da unten eine Funktion, die heißt Around. Das ist auch ganz lustig. Ähm, die wird vor den Hauptfunktionen aufgerufen. Also ich habe da eine Funktion, die wird schon mal aufgerufen, so zum Aufbauen von dem Ganzen. Und dann sage ich hier, ähm, na gut, ich bin mit dem Around fertig, dann machen wir weiter. Und dann führt das Ganze zuerst die ganzen Around-Methoden aus, dann kümmert sich es um die Before-Methoden. Oder dann, wenn er damit fertig ist, dann kommen die Before-Methoden und dann kommt irgendwann mal die Hauptmethode. Das ist super lustig. Da kann man super komplexe, super verwendende Beispiele bauen. Ähm, mit sowas, ähm, ja, ich meine, die Idee davon ist halt, dass ich, was weiß ich, schon mal eine Überprüfung mache, schon mal die Daten vorbearbeite, äh, vielleicht Sachen schon mal ausrechne, die dann weiterverwendet werden in der tieferliegenden Methode und da halt erst die Daten bereitstelle, die, ähm, abstraktere Methode braucht, die ich vielleicht wiederverwenden möchte in so einer Before-Methode oder in der After-Methode, dass ich halt das Ergebnis nochmal verändere. Also zu dem Before gibt es auch ein After. Ja? Oder das Before in einer Typ und einer speziellen überschreiten? Ähm, es werden immer alle Before-Methoden ausgeführt in der Reihenfolge von das, was ich habe, bis zu der, bis zu dem, was es ist. Also wenn ich ein Objekt von dem Typen Fu übergebe, dann wird es halt immer, ähm, allgemeinere, die Before-Methoden der Reihe nach ausgeführt. Äh, die Around-Methoden kann man mit dem, da steht ja auch irgendwas von Call-Next-Method, da kann ich tatsächlich dann sagen, äh, ich möchte mal aufhören damit. Ähm, für die Before und die After, die werden immer alle ausgeführt. Was war die Frage? Ah, ja genau, genau, gut. Ähm, genau, kann man lustige Sachen machen, macht Spaß, ähm, nützlich, meine, ist immer so eine Sache, ähm, genau, so viel zu Methods, ähm, Inheritance, ja, kennt man von Java auch irgendwie, ähm, genau, man hat irgendwie so eine Klasse Fu, die hat irgendwie, ähm, so eine Funktion Fu, offensichtlich, und dann habe ich hier eine Klasse Bar, die App von Fu, und jetzt gibt es irgendwie mehrere Möglichkeiten, dieses, äh, Fu aufzurufen, ähm, Bar bietet das halt irgendwie jetzt halt auch eine Funktion Bar an, die macht irgendwie Fu, ist vielleicht langweilig, sagen wir mal Fu plus zwei oder so, na, das ist eine Void-Funktion, ist blöd, geben wir es halt zweimal aus oder so, so, und jetzt, wenn ich jetzt irgendwie so ein Objekt von dem Typen Bar habe, dann kann ich da entweder das Fu aufrufen, weil das ist halt auch ein Fu, ähm, oder ich kann eben Bar aufrufen, und dann erbt das, äh, und dann ruft das halt zweimal Fu auf, so lustige Sachen, ähm, Einfachvererbung ist aber langweilig, weil das kann man nicht ordentlich kaputt machen, ähm, deswegen Mehrfachvererbung, ähm, ich habe jetzt eine Klasse Fu und eine Klasse Bar, so wie vorher, ne, nicht so wie vorher, und ich habe jetzt ein Buds, das erbt von Fu und von Bar, und das hat entsprechend auch jetzt Fu und Bar-Methoden, und alles ist gut, ähm, lustig waren so Sachen, wenn ich jetzt hier in dieser Klasse Bar, da diese Methode auch Fu nenne, und dann kommt so ein Compiler vorbei und, äh, fragt sich an der Stelle, da ruft der irgendwie Fu auf, welches Fu ist das eigentlich, das könnte das eigene Fu sein, das irgendwie von der Klasse Fu kommt, oder von der Klasse Bar, ähm, super lustig, äh, der Compiler ist verwirrt, ähm, es gibt ein Compile-Fier, das ist langweilig, ähm, ja, genau, so viel dazu, ähm, so, hier noch irgendwas, irgendwas wollte ich, nee, ist okay, ähm, genau, und, ähm, weil ich irgendwie, keine Ahnung, was so heiß ist oder so, bin ich nicht so weit gekommen, wie ich wollte, ähm, deswegen bin ich jetzt quasi schon durch die Dinge durch, die ich zum Zeigen vorbereitet habe, das ist ein bisschen blöd, äh, Smalltalk, ja, habe ich irgendwie Bücher dabei, habe ich mich mit beschäftigt, bin ich noch nicht so weit, dass ich da irgendwie sinnvoll Sachen erzählen kann, weißt du, hm, ja, ja, keine Ahnung, genau, bin ich einmal durch, und, ja, 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 und, ja, ja, ja,